Spieler Du kannst nix alter, genau wie alle anderen Spiele die auf Kredite, ich bin kennt Denkills, das ist auch scheiße Ne Aber ich snag die Kills die ich geschenkt bekomme Danke Markus Äh Silber Danke Markus Ja Silber irgendwas hat mich geratet Hockt der Arsch Ach der hockt da oben, deswegen kriegen wir den nicht Die hocken auf den Bäumen dazwischen Hockt den Bäumen dazwischen, da hock ich auch immer Ist auch so n scheiß Kämpfer nur Da bist die Leute immer checken wo du sitzt Der ist auf jeden Fall tot Und da war der 95er im Baum gehockt Der ist tot Ja der weiß er Den wollte ich ja nicht holen, aber wenn du ihn hast Ist mir egal, Hauptsache einer hat ihn Ja Markus lass mal wieder hinten rum mit den Arhein rushen Da bin ich voll dafür Ja du stehst eh auch hinten rum so ne Du stehst auch von hinten Ja du stehst auch von hinten Oh erstmal Sunny weg, den weg Alle weg mal die Schweine Ja die Granaten und so kommen Jaaah warum bin ich fast tot Weil du ein Noob bist Ah ein Schild fällt Ist das leid Schild fällt Und jetzt bin ich von hinten Ja klar Nein Ich hab grad Drei Leute gekillt Oh Was war denn das jetzt US grenade Ja ich komme Ich komme Ich komme Ich komme Ich komme Ich komme Das läuft Was willst du da oben Du stirbst jetzt eh Scheiß Du bist 8 Winter 8 Ich wollte Imitar Eint Ah Jager Na klar Ah fuck Ich hab zwei kills gemacht Wie leid Obwohl ich die ganze Zeit eigentlich zu Als Leute heilen und positionen drauf habe ich zwei kills gewaschen Das Silverpump Killer Und wieder Nachschubpunkte Und irgendwann noch schönes läuft erlerung doch da oben bei uns haben es an die egal hier wieder also heute ist ein richtig guter Tag also mir gefällt es heute euer Gelaber macht mich gleich geiler er ist der Weile und aber dein Gelaber macht uns nicht gehört sondern ein guter Stammweißel oder Lappen habe ich schon gar nicht im Boden gelungen aber bis zu mir egal in das gehört habe ich ja wieder was zum Ball an und ich bin da alle gleich drei neugierig ich war halt ein volles Gesichter war äh nein wo wir die Bäume in hocken wieder ich auch mal wo ich noch mal eine Säule der Wanderer wir können nicht an den auch den Schaden herrschte dort durch einen gelbten wer gut vielleicht drei zwei von euch mal darüber gucken würden weil ich denke es sind die viele vielleicht nicht weiter oder so Prozent würde weil ich eigentlich so zwei Sandys genau mindestens vier ab den Sonne Mut versteckt die rauch ich abends als in der pfeife war es die vier sundays ja ja ich sage es war wahrscheinlich nur ein stalker heute ich hab wieder ein kill gesnackt ich bin so ein ks-er heute so mit den letzten kugeln ist keiner weil wo ich alleine reingekommen bin war da keiner ja tschuldigung ja ja ich hab den einen angeschossen weil ich die ecken abgeschossen er kann aber nicht sein wenn ich alleine ist drinnen bin und es einnehmen ist ein ich hab trotzdem die ecken abgeschossen trotzdem die ecken angeschossen guter steht trotzdem die eke an mein gottes ist das ist mir egal geht nicht durch das abett okay das ist dumm ich stehe da so gerade und schon wiederbelebt und es gibt einfach ein verbündeter kam frank dreyer der bank mit der ns baron g5 ae einfach im one-shot wieder die fresse ja richtig so das gehört sich so hast du verdient und jetzt leifen sie mich richtig so immer fällt drauf auf dass du wenn das verdient der lappen dann haben wir ja so viel bullshits ich hab ja hier ein bisschen ragequit ins vorderum gemacht und leute auf englisch angebrüllt was ihnen einfällt mich der reiner abzuschlachten und jetzt auf einmal schreiben sie alle entschuldigung es hat mich wieder einer der junge ist sorry aber es ging nicht anders nein jetzt tötest du einer kommt der nächste macht dich mit der baron nein mit was ist ein underboss weg das kannst du mal aufhören mich die ganze zeit abzuschießen du bist ne du bist ne verbündeter du bist ne verbündeter das ist aber ne langweilige station die unabors gab alter ich muss mich nerven aufreiben vor allem mit den verbündeten überall jetzt guck was machst du alter stirb hey und java gemessen alter ja aber das laufen die alle hier und ich werde raged und gleich werde ich wahrscheinlich gesperrt warum schreibt er mich jetzt an und schreibt tittenkiller das ist langweilig nimm die base ein zum beispiel ja wir haben eine gute idee futter rush raus und nimm sie ein nö wegen drei minuten macht er jetzt keinen aufschluss mehr ach so so denkt der futter ja ich mach jetzt mein denkst du ich mach jetzt meine 27 7 kaputt schau auf deine scheiß kardier weiß kardier spieler kannst nix alter genau wie alle anderen spielen die auf kardier spieler kennen kannst du gleich zu cod gehen die ganzen kills grad da mach ich dich auch kaputt kannst du nicht zu cod wechseln mach ich dich auch kaputt ach gut ich hab auch ne 1,5er kardier und deshalb würde ich die ganze zeit vorrenne du rennst vor ja hinten rennst du vor vielleicht ja nein hatte auf dem brauchst du nicht auf das jumppad gehen weißt du was da oben rum rennt echt so da rennt zu viel rum das hat sich echt gelohnt weil der hat mich gerade angeschrieben ja ich alles gut passt schon wieder entschuldigung woher weißt du dass ich deutsch bin vielleicht kennt er Lappen Gamer TV Lappen ja trotzdem das ist auch englisch nein du bist nicht doch Lappen nur ist nicht doch bis wir doch in der Amerika mit uns zum Gang sprach nicht was die Lappen sonst steht für genau das selbe sein weil es werde nämlich auch deutsche weiter als englisch ja IG Englisch ist in Sonne in der Nähe ja Rico danke Rico also ich würde jetzt sein Bewerber Beformer die Aufnahme fertig ist kommt jetzt zusammen da machen wir noch einen schönen Abschluss zu immer alle zusammen sind und dann die letzte Folge ja hier Folgeform speziell ja das war dann folge 299 da ja leider das ist es wohl 299 folge 299 und wisst ihr was die nächste Folge wird viel geiler Prozent Prozent 300 Alter so viele Folgen wollte ich eigentlich nie machen Wolltest du nicht machst du aber Nein Verleg mal 300 das ist fast ein komplettes Jahr jeden Tag Planetzeit ankommen ja darf doch dann er sagt dass ich die Leute anguckt hier ne nicht 300 Minuten 300 mal 10 ist was 3000 3000 Minuten Planetzeit Ungefähr Ohne die Spezialvideos ohne die Livestreams Ohne die Livestreams ich brauche ein Hobby 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 5 6 6 5 5 5 5 6 9 9 10 11 12 12 12 13 13 13 13 14 15 14 15 15 15 14 16 15 marcus da in die ecke jo marcus wirst du in die ecke hier kam her abschluss ja bleib jetzt mal da also leute ich ich würde ich bin ich bedanke mich hier mal wird dieses zuschauen von 299 von blendezeit 2 die letzten 100 folgen glaube ich mit den zwei lappen hier ja klar jetzt über 100 folgen schon dabei 100 100 und freut euch auf das spezial nix ins übermorgen übermorgen wenn die folge rauskommt und bis dahin viel spaß und eben oder live streams auf hitbox jeden tag oder fast jeden tag genau also ciao